Ich erkläre euch jetzt den Korbleger beim Basketball. Der Korbleger wird dann angewandt, wenn man es im Spiel geschafft hat, frei zum Korb durch zu kombinieren und dann einen möglichst sicheren Punkterfolg haben möchte. Denn die Situation schafft man im Spiel natürlich nicht sehr oft, dass man frei durch ist und kein Gegenspieler mehr im Weg ist. Und dann muss der Punkterfolg natürlich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch erfolgen. Dafür gibt es den Korbleger. Und die Grundidee ist, dass man so nah wie möglich an den Korb geht. Und man sieht jetzt, dass hier sehr sehr kurz vor dem Korb erst vielleicht einen halben Meter maximal entfernt der Ball die Hand verlässt. Denn man schafft es natürlich aus einem halben Meter Entfernung viel leichter das Ziel zu treffen, als wenn man von viel weiter weg das Ganze versucht. Also den Ball so nah wie möglich an den Korb bringen. Der Anlauf erfolgt in einem Bogenlauf. Man sieht das jetzt hier auf dem Boden in grün dargestellt. Am Anfang wird natürlich noch geprellt. Dann halten wir die Hand fest. Ab jetzt habe ich noch zwei Kontakte. Erster Fußaufsatz, zweiter Fußaufsatz. Den Ball von unten mit beiden Händen erstmal festhalten, damit er eben nicht wegfallen kann. Und jetzt führe ich den Ball nach oben. Und jetzt irgendwann, kurz bevor der Ball dann über den Kopf gestreckt wird, dann kann die zweite Hand oder muss sie sogar loslassen. Dann führe ich nur noch mit einer Hand und ganz kurz vorm Korb spiele ich dann den Ball entsprechend. So, jetzt achten wir auf den Punkt, wo der hinkommt. Man visiert von dem kleinen schwarzen Rechteck die obere Ecke an. Und dann fällt der Ball in dem entsprechenden Ausfallswinkel dann auch direkt in den Korb hinein. Das ist auch der Grund, warum man diesen bogenförmigen Anlauf macht. Wenn wir jetzt mal von der Vogelperspektive hier auf den Korb zuschauen, dann läuft man jetzt nicht hier frontal an. Das ist immer schwierig. Dann muss ich irgendwelche Seitwärtsbewegungen mit dem Arm machen. Das möchte man vermeiden. Deswegen laufe ich gleich im Bogenlauf hier an und ziele genauso auf den Korb. So, und dann habe ich den entsprechend richtigen Winkel, den man dann braucht. Also, man versucht hier im 45 Grad Winkel circa dann gegen das Brett zu werfen, damit dann in dem entsprechenden Ausfallswinkel, der dann auch 45 Grad betrifft, der Ball in den Korb springt. Und deswegen muss ich genau diesen Punkt hier anvisieren, also leicht rechts vorm Korb, weil der Ball ja noch springen wird. Deswegen, wenn ich von hier komme, hier in etwa diese Leiste anvisieren. Den Korb bitte völlig ignorieren, gar nicht beachten. Man will nicht auf den Korb werfen, sondern man wirft auf diese Leiste und dann springt der Ball entsprechend zurück und trifft dann auch den Korb. Also, oben die Kante anvisieren. So, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und dann springt der Ball in den Korb. Und deswegen, damit wir den erzielen können, vorher schön von außen im Bogen reinziehen. Dann funktioniert es am besten.